Hallo Leute, ich grüße euch zu einem neuen kleinen video heute kleine kurzfassung ich dachte mir wir gehen sofort raus es wird zeit mit dem mal zu fahren und ich würde sagen auf geht's es wird es wird es wird Schreie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ja leute war auf jeden fall echt spaßig heute kurze fahrt am mittag muss sein die optisch kommt die course richtig gut rüber hatte ich ja schon mal gesagt gehabt sie glitzert wunderschön ich bin echt mit dem wagen zufrieden der axialmotor hat richtig kraft er geht gut ab und mal gucken was wir beim nächsten mal machen ob wir mit dann hier rausgehen oder mit dem fg bayern oder mal wieder mit dem elektro könnt ihr mir gerne in den kommis schreiben würde mich freuen ansonsten schönen tag euch noch bis zum nächsten mal euer chris bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal